Aber ich habe ihn weggezogen! Oh Gott. Ja, also... Jay's against Facts. Das heißt, hier ist wahrscheinlich Mr. Slave. Oh, Mr. Slave hier besuchen gehen. Oh ja, Mr. Slave. Okay. Okay, Freundschaftsanträge von Mr. Slave. Und was war das jetzt? Wir haben noch irgendeine... Oh, warte, wir haben uns hier drin noch einen E-Coach. Ich kenn das ja gar nicht. Ja. Das ist gar nichts. Alter Schwede. The Canada Channel. The only channel in Canada. Okay, Halton ist voll. Das ist ja gar nichts. Gut, ich kann jetzt Mr. Slave beschweren. Also, ich kann die einmal am Tag rufen, aber wir haben doch noch gar nicht Nacht über den Scheiß. Was? Oh Mann, ich erinnere mich, dass du gerade hier verletzt hast. Tja, war das. Äh. WTF? Ey, komm schon. Da ist eine Kiste drin. Ach, hier sind wir. Da oben ist ein Timmy Express. Herrich von Jesus, ey. Ich will sie, glaub ich, gar nicht sehen. Leute, euer Herz, der... Was? Gut. Was haben wir denn an Quests? Schweinebemmern, Obdachlosenproblem. Der Timmy Express fehlt uns noch eine. Sieht man hier schon die Flaggen? Kann man die hier irgendwie rausfinden, wo die Flaggen sind? Eine einzige fehlt uns noch. Eine einzige Timmy Flagge. Ne, sieht man aber nicht. Schade. So, was haben wir sonst noch für Quests? Großvold Jack Jimmu, so stecken Kindergarten-Kinder. Na, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal ein bisschen die Haupt-Story weiter. Well, Soldiers reporting for duty, Grand Wizard. Nice work, Dishbag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Hey, yeah. Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principle. So he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back to the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way man. Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that Dishbag is willing to take. You have to break out our thief, Dishbag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon shout. Ähm, Leute. Ich bin auch ein Dieb. Welcome to our base. All are welcome here. Even though, where the hell are you going? What you? You and me to fight with you? Okay. You stand hot with me. You fight well, Dishbag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fight. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done. But first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls. Okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Okay. Do you understand? Yep. All right. Then let's begin your training. To conjure dragon shout, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Huh? Then let it rumble inside you and dragon shout! Oh boy. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Find the frequency! Hold! Hold! Whoa, don't leave the air trapped inside. That shit's dangerous. Okay. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Okay. Find the frequency! Hold! 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 Come on, you have to trap the air. It's like a fart but in reverse. I'll show you one more time. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Okay. Now you. Dragon shout! We're vegan. Find the frequency! Hold! Hold! Wow. My god, that was incredible. A man could live a hundred years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the dragonborn has come at last in our hour of need? The dragonborn. Now let us try your skill on a real opponent. Hey. Hey, Princess Kenny. Can you come here a sec? Shh. Don't tell him. Okay. Just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you! Ha! That was fucking hilarious! Dude, that was fucking awesome! Okay. Okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Super liar. Okay. But, dude, seriously, remember. Don't ever do that on someone's boss. Okay? Seriously. You have mastered dragon shaft. From now on, it will be easier for you. Mmm. Don't believe that. Kenny will assist you on your quest, Douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Kenny, Begleiter freigeschaltet. Recruiting your Craig. Geh zur Schule. Stop! Moment. Kann ich jetzt? Was kann die denn? Egal. Ich nehme sie mal mit. Das ist cool. Hm. So, und zur Schule. Da haben wir ja schon so einen Fast Trouble hin. Da muss ich eh noch was machen. Das passt sich ganz gut an. Kannst du ein Geheimnis halten? Neither kann ich. Oh! Ja. Ja. Okay. Ich wollte eigentlich grad die Elfen verprügeln. Craig. Craig. This is detention. Okay? Stop looking at your watch because you're here for three hours, buddy. Okay? Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Felspar and I'm a level six thief and the humans will soon rescue me from this tower. No! Your name is fucking Craig Tucker and you're in detention. Now start doing your homework. Okay? I've got all the doors sealed and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass to die, Craig. Okay? I will. Aber erst. Oh, you want some of this? Leute, kloppen. Gucken, was Kenny kann. Äh. Oh Gott. Oh Gott. Schwörung? Ne. Äh. Uh. Let's go, asshole! Magie. Könnt mittlerweile echt ne Menge. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Da fehlt. Stop dicking around. You'll pay for that. Kennys Bogen. Oder verzaubern. Who can lose? Titten. Titten. Das ist äh. Unglaublich dämlich. Aber es wird ja sehr gut empfangen. Okay. Das ist echt gay. Gah. Oh Gott. Halloween hat das schön lebe. Ah. Ah. Blutungen OP. Ah. 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 Entschuldigung, aber die Schule ist weg und keine Studierenden an der Prämisse bis morgen um 7.30 Uhr. Okay, Kenny kann nicht nahe angreifen, das heißt er kann nicht... Was, was, was? Officer Down, Officer Down, sende Backup! Okay. Ich wiederhole, Officer Down, alle Hallwägemonitoren zu der rechten Hallwäge! Oh Gott dammit! Hier kommen sie! Die werden dich holen, Craig! Du kommst nicht aus der Entschuldigung! Ich werde hier raus in 10 Minuten. 10 Minuten, länger vor. Da war noch Zeug. Da ist auch Zeug. Erstmal Zeug holen. Dann kommen wir das da hin. Das ist easy gewesen. Moment. Trash. Künftig Papier. Und draußen war Zeug. Okay, wir können so also auch den Kämpfenden gehen. Hier drin. Ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Clutch Rail Day. Stop Balling! Okay. Und dann. Zwei Teile. Ja. So. Lauf! Da unten ist noch was. Das war schon der richtige Gange. Das war schon der richtige Gange. Dart Pfeiler! Grundquarkn. Okay. Mal gucken, ob wir in diesem Dungeon zurechtkommen. Was? Oh. Oh. In der Richtung. Oh. Oh. Okay, können wir Zeug nehmen? Schlüssel der Gangabsicht. Gebt mir Zeug. Okay. Um, können wir... Schlüssel der Gangabsicht, okay. G-You're not gonna get through this door. G-You good! You might... G-You good! 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 You're on my turf now, kid! Wow. Ich muss scheren. Wow. Let's see what you've got. I'm taking fire! Oh, bam. Bam, bam. Bam. Let's do it again. Maybe we can do it again. So, what can we do? Okay, that doesn't bring us anything. Paper roll. Okay. Yay. Search him! No, no! Get away from me, you freak! Well, I don't have a clue. I don't have a clue. I don't have a clue. The protector of the brass key will never surrender. Help! Uh, A, B... Okay. Woo-woo, look at me!